So, da geht mal wieder ein fröhliches, fettes... HAU! DÄH! Raus! Raus du! Raus du hier! Ich darf hier nicht so brüllen, sonst beschweren sich die Nachbarn hier noch. Achja, stimmt. Oh nein, die kriegt die... Wo ist er, wo ist er hier, ist er? Was ist das denn? Boah, schön in die Fresse geschlafen. Ich bin NIEGEN! Ah, lauf Robert. Erstaunlich wie du das mal rennen kannst, sowohl so vollgepackt, bis Schaufel hintendran... Gutes Training, wenn ich was sage. Ja, definitiv. Reden hier durch die Tür... Wann und durch, einfach ich sehe nichts. Sind wir die Briten? Die Briten! Die Hybriden! Boah, ich hab den Pferd schon wieder runtergeholt! Ich wollte gerade noch sagen, mit wär geil, wenn hier wieder so ein Pferd langrecken würde. Du hast den Pferd einen runtergeholt? Ja, richtig, ich hab den Pferd ihn runtergeholt und dann hab ich's getötet. Wie so ne schwarze Witte. Weil der Pferd vergewaltiger... Oh Gott! Bumser! Naja... Aber ich hab schon wieder ein Pferd getötet... Eieiei... Oh weia... Was ist denn hier los? Nein, nein, weg! Rüber da! Ja, letztens ist mir auch so ein geiles Hybrid-Wort eingefallen. Für Zitronen und Limetten... Oh ne... Zitronen und Limettensaft kann man ja auch Citrettensaft sagen. Citrette! Citrette! Ja, klar, warum nicht? Gut! Aber ich hab mal gegoogelt, das gibt's schon. Irgendjemand hatte schon... Hat auch schon das Wort erfunden vor mir. Citrette! Panzerbüchsenkill! Muss erst mal klarkommen hier... Oh ja, Robert Multi-Kill! Oh Gott! Ich bin glaube ich grad... Ja, hier kommen und Fahrzeug zerstört! 30 Leute, 20? Wenigstens da? Zwei mindestens! War mal so! Na gut, zwei... Oh, ist hier Muni? Sag mal, wo... Zu C gehen wir jetzt. Boah, das ist schon wieder instruiert, ey. Die nehmen auch B gerade zurück. Achso, wir nehmen B zurück, ja. Wo sind sie denn? Wollen wir nicht einfach mal vorrennen, ey? Oh ne, lieber nicht. Oh Gott! Nein, er hat mich wirklich noch mit einem Schuss... Hat er mich noch erwischt. Ist das hier ein Gegner? Weiß ich, ey. Ja, bei B sind auf jeden Fall ein paar Gegner. Da auch schon. Gott! Wo denn? Mann, stirb! Schieß ihm in den Kopf! Ja. Ja, du Bastard! Du brauchst dich überhaupt nicht zu verstecken da! Ach Gott, ich weiß nicht so wohin so richtig gerade! C haben sie ja immer! Ja, C ist halt übelst unter Beschuss! Wir müssen halt... Nein! Du Vollidiot! Theoretisch C einnehmen reicht eigentlich, aber... Äh! Da müssen wir halt gucken, ja. Die kommen halt nur von jeder Seite irgendwie, meiner Meinung nach. Ja, da muss auf jeden Fall aufpassen, ja. Aber hauptsächlich kommen sie glaube ich von hier, von diesem Hügel da unten. Ja, da treffe ich auf jeden Fall mit der Gasgranate auch einige gerade. Da hinten sind sie auf jeden Fall gut dabei. Ja, ich muss erst mal nachladen. Erst mal außer Gefechts. So, dann bin ich wieder. Scheiße. Ich geh mal mit nach vorne mit den anderen hier, ey. Scheiße. Ach, ich probiere... Also wir probieren, tue ich so auch mal. Oh, ja, 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 ja. Oh, die Bombe! Oh, okay. Tod. Gleich drei Leute weggefetzt. Ne, vier. Vier Leute hat der mit der... Der Johnny. Oh, vier! Ich hab' ich gehört. Oh, ich werd' schon wieder beschossen hier. Alter! Oh, ich komm' mal zu dir. So richtig ist schlecht. Ich geh' mal in das Haus rein. und guck mal ob ich da irgendwas mit der panzerbüchse erreiche ja was war das denn ich bleibe erst mal unten und dann ist ja wirklich also wenn das echt nicht über die mauer also nicht vor die mauer gehen das nächste pferd getötet hat es ja nicht einfach so die ganzen pferde warum sind wir denn schon wieder b am verlieren hier mann scheiße auch sind unser panzer ein glück gott nicht zu mir längst die granaten auf mich b wir sind bei c nimmt auf c genau mann komm scheiß gasgranate mann c sieht ja wieder übel aus hier da steht ein artillerie wagen genau hinter der mauer wo kommt der denn hier auf einmal der sanitäter muss kommen was ist noch wiederbelebt er kommen kannst du gleich weg rennen hier gott ich bin weg hier bin raus renne einfach wo bist du denn eigentlich ich bin hier bei c macht du bist da vorne schon mittendrin in dem haus ja aber da ist ein artillerie wagen auch unbedingt munition komedi die haftmine ist ja wohl an dem auto heften er haften geblieben mist der artillerie wagen fährt bei b vorbei zu a brauch unbedingt munition mann du pratze hier durchs fenster du das gibt's doch nicht kannst du mal bei mir spawnen wenn du dann wieder lebst ja wenn er da aus der wand irgendwann wieder rauskommt ist mit 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 kopf ein betoniert wurden ich komme vorsicht da draußen ist der tank ok ich habe die hat der schütz ja sehr gut wo ist der ich kann oh gott der steht direkt scheiß drauf ich riskiere es einfach als oh nein ich bin fast tot aha da ist 45 abgezogen direkt die haftmine aufs auto gelegt das finde ich halt so krass nimm eine haftmine auf eine neue so zweite haftmine jetzt bin ich einmal gespannt so geht doch sehr so sehr gut ich hatte den zwischendurch nämlich auch noch mal mit dem mit der panzer büchse ich komme zu dir ich brauche neue muni ich stehe hier auf dem dach ziemlich dumm ist eigentlich hier ich habe hier munition dahin liegt nur das ist erstmal hier weg kb haben wir das hier noch mal munition droppen oder da oben sind ganz viele drin also zwei auf jeden fall ja man bieber butze man 86 ja diesmal hat die haftmine in wenigstens erledigt wollte schon sagen voll der haftmine killer jetzt mittlerweile ja das ist mein c4 ausgleich muss ich mal muss ja mit dem naja klar die haftet zumindest ja auch richtig mit dem klarkommen was man hat richtig das ist jetzt nicht das optimale aber besser als janisch ja so schlecht ist jetzt auch wieder nicht aber meiner meinung nach könnte die ruhig ein bisschen mehr schaden machen was ist denn hier bei euch den hab ich ja voll bieber butze mann du assi gebieber butzelt gebieber butze mann hab ich eben schlecht die werfen hier schon wieder granaten runter da oben ist nur einer oben ist einer jetzt kommt er runter jetzt hat er ihn wiederbelebt oh jetzt hat er mich gleich niedergeknüppelt nach meiner wiederbelebung na klar immer auf den schwächsten sehr gut kommt zu dir direkt wieder gespannt immer noch oben hier ist hier nur einer ne ne ok weil hier draußen ist glaube ich einer wenn er nicht schon tot ist draußen da ist er doch der bastard ich hab den nicht getroffen krass ich hab mich zu dumm angestellt von wo kommst du denn jetzt haben wir jetzt auch mittlerweile ja haben wir sehr gut wunderbar wunderbar ach schade obwohl der panzerzug wäre natürlich nice gewesen war der auf jeden fall weiter zu d ok jetzt haben sie schon wieder b ich glaub es nicht wieso denn hat sich da noch einer versteckt garantiert ey ob wir zurückgehen ach da kümmert sich schon eh da drum irgendjemand macht das schon geh nach vorne weißt du ah ja ah d ist aber auch fast wird eh nur einer wieder sein würde eh nur einer wieder sein die hier noch äh was ist jetzt unser panzer nein habe ich mich selber umgebracht ist idiot oh nö wiederbelebung 8m 9m 12 11 10 4m 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 6 7 5 4 3 4 5 6 5 6 7 5 3 4m 5 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 9 10 10 10 10 12 8 20 8 9 9 10 10 11 11 11 13 14 14 Und so ein Reichsadler. Ah ja. Ah ja. Sagen wir mal, es ist sein Geburtsdatum. 88. Genau. Und er mag halt Adler sehr gerne und Österreich. Ja. Ja, und nichts miteinander aufzutun. Könnte ich jetzt nicht schlussfolgern, was er damit meinen könnte. Glaube ich nicht. Wo ist er jetzt hingewandt hier gerade? Oh nee, kass ist das, wenn man die dann auch mal... Man, BG wird ja schon wieder zurückgenommen. Wollt ihr mich verarschen? Wo ist denn der Bastard hin? Der war doch hier irgendwo. Den hab ich. Scheiße, keine Ahnung, ey, wo der ist. Mann, renn doch, bitte. So, Fotze. Da drüben ist er. Jawoll, den habt ihr auch. Oh, da sind jetzt wir. Was ist denn mit euch los? Bede, hocken sie da in der Ecke. Ihr Huren. Geschwister. Ich weiß nicht. Wir kommen hier nicht richtig zum Zug. Oh, du Bratze. Wo bist du denn? Da drüben, genau gegenüber ist einer drinnen. Beziehungsweise, keine Ahnung, wo er hingerannt ist. Wahrscheinlich kommt er jetzt rüber und damit er dich wieder ermessern kann. Kann er mal probieren. Da sind Gegner da drüben drinnen. Ich gehe jetzt einfach rüber. Oh, hinter mir. Scheiße. Mann, renn doch mal. Durch Gas getötet. Aha. Wieso denn durch Gas? Verstehe ich nicht. Hab da kein Gas gesehen. Ja, Munition. Sehr gut, danke. Wo sind sie denn? Da hinten, da kriegt doch jeder. Hier, ich habe ein bisschen Munition übrig. Ja, ich habe ein bisschen Munition übrig. Der Kerl geht abflicht. Aufpassen, über die Arte raus. Dann, gut, rauskommen will er nicht. Was ist denn hier bei B los, ey? Oh Gott, die ganze Etage zusammen geflogen. Was ist denn da passiert, Alter? Das war die Haftbiene, die ich da oben reingebombt habe. Diesmal hat es gewirkt, muss man sagen. War nicht schlecht. Oh, krass halt, das ganze Haus ist zusammengestürzt, da gefühlt. Eigentlich ist die Decke mir auch voll auf den Kopf geflogen, aber hat ihm nichts... Genau in dem Moment, wo der stirbt, spawnt da noch Ena. Geil. Hure, aber ich glaube, ich werde wiederbelebt. Jawohl, sehr gut. So, haben wir das jetzt hier mit B? Ich denke schon, ja. Sieht gut aus eigentlich. A, B, C haben wir ja. Dann kommen wir jetzt ein bisschen weiter vorne. Wir kommen ein bisschen weiter vorne. Stehst du das? Stehst du das, Robert? Stehst du das? Oh ne, hä? Oh, die kommt von links. Warte mal, Ursula hat gerade irgendwas von der Seite gesagt. Was? Würde ich mich nicht von beeindrucken lassen. Ich sag mal nochmal bitte, Ursula. Ja, meinst du, zu wenig bezahlt? Ja, ich soll irgendwie... Mann, quatscht da nicht mit eurem Zeug da jetzt hier. Das Krieg ist aber... Ihr wisst ja auch nicht, wo ich jetzt hier hin soll. Ja, haben wir da zu wenig bezahlt? Zu wenig bezahlt. Dann gebe ich dir was dazu. Ich habe jetzt irgendwie nur 8, glaube ich. Bei mir steht... 8 Euro soll ich noch zahlen. Steht bei mir. Ja, da wurde irgendwie 6 mal... 6 Euro Gutschein abgerechnet. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Und wie die das... Irgendwie war das ein bisschen... Ist auch real jetzt. So, jetzt hier. Genau, richtig. Das gehört nicht in die Videos. Das müssen wir einfach... Das ist später. Wo ist denn jetzt hier zum Beispiel mal... Ja, wir leben. Sehr gut. Panzer. Direkt vor meiner Fresse. Oh, den mache ich fertig. Ich liebe es. Den mache ich fertig. Komm, machen wir einen Verbund. Ich habe schon wieder ja keinen Schaden angerichtet. Die Haftbine ist direkt an dem Panzer dran. Mann, du Bratze. Aber ich habe den Panzer auf jeden Fall hochgejagt. Also du hast einen Mut-Schaden gemacht, finde ich. Also da irgendeine ganze Menge weg. Ja, den Eindruck hätte man haben so können. Aber wie gesagt, ich habe keine Punkte gekriegt. Also nischt. Null. Mann, welche Bratze. Ja, null. Sicher, dass sie vielleicht einfach auf dem Boni landet ist, aus Versehen. Nee, nee. Ich habe es gesehen. Die ist wirklich... Können wir in dem Video nochmal angucken. Brauche ich... Okay, machen wir. Oh, Mann. Wir brauchen auf jeden Fall... Oder ich brauche auf jeden Fall Muni. Ich suche dich mal auf jetzt, wo auch immer du bist. Hier. Ach, da. Hier, auf der Karte. Sie nehmen auf jeden Fall C schon wieder ein. Er kann jetzt gerade nicht. Ich muss C verteidigen. Ich bin doch auf der Karte. Boah, Mann. Legt mich doch. Da sind sie doch. Da kommt einer. Jawohl, den haben wir. Bin tot. Da kommt noch einer. Nein. Nein. Nein, nein. Jussef. Oh, wiederbelebt worden. Robert, jawohl. Hier, komm schon. Krieg den. Oh, da wird einer zu B. Ah, gut. Dann hat einer schon abgeknallt. Können wir hier... Oh, voll. Soldatenweit schießen die da. Diese Hellriegelwaffe ist zu gut. Oh, ich brauche Muni. Ich brauche da auch Vorsicht, Roboter. Vorsicht. Ich kann jetzt nicht weiter nach vorne kommen. Nee, nee, musst du auch nicht. Nee, 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 das ist so. Ich meine, auch nicht immer kommen wir her. Sondern einfach nur so, damit du vielleicht doch... Ich werde doch genauso erfassen. So, ich bin jetzt... So läuft es aber hoch. Jetzt lass mal die Munitionskiste hier kurz liegen, bitte. Hier habe ich mal schnell einen Aufladen. Nein, ich bin doch schon an einer. Oh, da. Hier liegt die. Ja, nee, da. Genau, anstatt du dir in irgendeine Ecke legst. Mann, ey. Das ist aber hier auch Larifari spielen hier. Mann. Weil der will Eidegärter sind. Oh. Boah, wolltest du mich messern, du Bastard? Jetzt hast du schon wieder eine neue Munitionskiste. Na, weil es so angewohnt ist, dass ich alle 10 Sekunden irgendwo eine neue hinlege. Das ist halt dieser Drang, dass ich alle Menschen immer mit Munition versorgen will. Und da liegt die Munitionskiste. Als ob da einer hinrennen würde. Warte. Oh. Das ist mir doch egal. Ich kann sie ja nicht 100 Meter weit wegschleudern. Ich würde es ja gerne. Aber du kleinen Päckchen könntest du 100 Meter weit wegschleudern. Aber ich habe kein Bock... Machst du mehr Punkte mit 100%ig. Da du die immer wieder wirst. Ja, aber mit einer Haftmine kann ich auch einfach mal einen ganzen Panzer zerstören. Das kann nicht mit einem Munitionspäckchen nicht... Na, dann nimm doch einfach das große... Versorgt werden können. So kriegt der immer nur Hina. Aber so, da du das ja alle paar Sekunden wirst, Wurdest du mit der anderen mehr Punkte machen. Das mein ich doch damit. Wäre doch für dich besser. Das ist mir ja jetzt. Oh, jetzt wurde ich natürlich weggefällt geschützt. Da ist der Bastard Robo Reihe. Wo sind die denn? Oh Gott, da hinten. Beim Feldgeschützt. Bei B steht immer an dem Feldgeschützt. Also zwischen B und C. Ja, genau. Den werde ich jetzt mal abmoksen. Mit einer Haftmine am besten. Oh, nee, lass mir den. Lass mir den. Oh, jetzt hat den irgendein anderer Bastard. Eke. Ich hab halt die Panzerbütze. Ja, doch. Doch, du wärst auf jeden Fall gestorben. So hast du jetzt davon. So ein Quatsch, der hat keinen Scheiß, hat der gemerkt. Weil du mein Rad nicht annehmen wolltest mit dem Munitionspäckchen. So einfach ist das. Ja, tut mir leid. So einfach ist das. Oh. Ich renne jetzt hier rüber. Ach. Toll. Könnten wir mal Rückendeckung geben. Ich lauf aber auch gerade hier rüber. Ach ja. Mir nimmt hier niemand Rückendeckung, sehe ich gerade. Einen Scheiß. Rennen doch bitte. Oh, genau ins selbe Haus reingerannt. Oh, du bist jetzt Gott sei Dank. Oh, wir haben eine Munitionskiste. Ich will sagen wir mal, die Munitionskisten, die mal überall verteilt sind, sind Robots. Oh. Hast du den? Ja. Aber, ey. Wer war denn das? Hat mich einer gemessert. Direkt neben dir. Irgendwo. Der ist ja, der ist ja aber an mir vorbei. Ja, der muss genau an mir vorbei. Oh, krass, ey. Erwarte, ich spawn gleich bei dir wieder. Ja, kannst du gleich. Zwei Sekunden, eine noch. Jetzt so. Jetzt komme ich. Komm rein. Da kommt einer. Oh. Ach, der ist von uns. Das ist unser. Das ist auch unser. Da kommen sie alle auf einmal. Hier draußen. Hier draußen. 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 Ja, da draußen war ich auf jeden Fall einer. Ich habe mir noch ein bisschen geschnappt hier. Schnappings. Oh, die Granate. Ach, du Scheiße. Oh, den hat es ja gut durch die Wuft gelöbelt. Scheiße. Mann, rennen noch mal. Nee, blöd zu. Oh, hier brennt wieder einer. Wow, was war das denn? Ein Lebenspunkt noch geil. Ich versuche jetzt mal ihr D einzunehmen. Oh, ja. Verteil ein paar Munitionskisten. Oh, kriegt man nicht eine Trophäe dafür, wenn man mit einem Lebenspunkt jemanden abknallt? Das wäre eigentlich ein Trophäe wert. Oh, ja. Das wäre auf jeden Fall. Das hast du. Oh, das wäre eine gute Idee. Man muss mal einreichen in den Vorschlag. Hallo Dice. Falls jemand das Video von euch guckt, dann bitte die Trophäe. Im perfekten Englisch bitte. Ja. Und Französisch am besten. Oder sind wir es nicht sogar Schweden? Also dann bitte am perfekten Schwedisch. Du bist schwedisch. Da oben, da kommt einer. Ich bin tot, Robi. Komm gleich. Jetzt bin ich da. Genau da hinter dem Haus. Da kommt noch einer. Wunderbärchen. Oh, ich bin tot. Oh, Achtung, da kommt eine Panzerhaftmine geflogen. Der Bastard hat genau dieselbe Idee, wie ich gehabt. Da kommt einer gleich ins Haus rin. Welche Tür? Nee, alles gut. Nee, alles gut. Alles gut, er rennt weg. Alles gut. Wollte ich nur vorwarten. Aber da war ein Reiter. Da war ein Reiter gewesen auf jeden Fall. Da kommt er doch. Nee, oh, der ist von uns. Oh Gott. Ich bin wiederbelebt worden. Ich bin... Ich freu mich, dass so Team so gut funktioniert aktuell. Oh, was ist das hier? Da war... Du dummer Bastard. Spast. Oh, da ist er. Wo ist er? Wo ist er? Wo liegt er? Oh, der ist schon tot. Spasti. Mann, du Bastard. Boah. Basti. Gott. Spasti. Ja, Entschuldigung. Das ist nix gegen Behinderte. Ja, das ist nix. Nee, absolut nicht. Das ist nur... Mh... Wir kennen das nicht anders. Ja. Leider eines sehr schlichten Beziehungs. Wir haben die vier Worte früher benutzt, als das noch nicht so schlimm war. Oh, ich will jetzt beslipert. Hier, Haftmine raus. Oh. Oh, oh, oh. Oh, was war das? Ne Haftmine. Du Hure. Er hat mich mit der Haftmine getötet. Wo ist er denn? Wo ist er? Ich töte ihn auch mit der Haftmine. Wie es kann ich dir nicht beschreiben. Auf irgendeinem Haus in irgendeiner Ruine. Okay. Du lebst immer noch. Du hattest eben noch ihren Lebenspunkt. Also naja, klar. Ist schon eine Weile her. Naja, ist schon ein bisschen her, ja. Ey, kletter mal hier hoch. Ja, schön, dass das ganze Dach hier schon gesprengt ist. Toll, hättest du nicht vorher sagen können. Ah, geil. Ja, die sind ja schon da vorne, alle. Ach, die haben ja B eingenommen schon wieder. Aber wir nehmen da eh ein. Aber läufst du zu E oder wollen wir lieber zu B zurück? Weil die haben C, B und A. Aber das schaffe ich eh nicht mehr. Ja, gern zurückzugehen. Ja, eben deswegen. Er kommt mit. Also, ich gehe vor. Ja, er kommt mit. Wir sollten die nochmal. Oh Gott, den nehmen sie ja auch wieder ein. Ah, den nehmen sie auch wieder gerade zurück. Wird wohl eine knappe Kiste hier. Hm? Wartet hier, was macht er denn da? Auf jeden Fall kein Gegner. Nö. Oh, da drüben sind sie in dem Haus, da schräg. Ah, ich versuche trotzdem zu C zu kommen irgendwie. Mann, er schwummelt hier wieder rum. Ach, komm. Mann, die scheiß Gasmaske, Granate. Hast du wieder die Gasgranate aufgesetzt oder was? Mann, nee. Sorry, dass sie gerade so ein bisschen... Der Tee tut uns, der Tee tut nicht. Oh, ich habe lange genug gewartet. Jetzt kann ich zu C. Jawohl, David, super. Oh, jetzt hier ist aber... Was ist denn hier los? Voll die Volksversammlung. Ah. Hör auf an mir ranzuklopfen mit deinem Knüppel. Ich hör das nur. Das ist ein Messer. Ein Messer ist das. Ach so, das ist ein Messer. Nimm endlich die Knüppel. Ach so, ja. Mit den Nahkampfwaffen habe ich mich noch nicht so beschäftigt, muss ich sagen. Das ist ein feindlicher Schlump, Soldat! Na! Feindlicher Schlumpf! Wie, sie haben mich verarschen? Wie habe ich mich denn eben angestellt? Boah. Gott, oh. Boah, ist hier kein Sani in der Nähe, Alter. Wir werden ja abgeschlachtet hier gerade. Ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, wir sind ein bisschen zu weit, du, ja, ja, ja. Oh, wir haben ja noch ein bisschen zu weit, du, ja, du. Oh, wir haben ja noch den Arm ab. Mindestens jeden, ey. Und ja, Mann. Ach so, hier sind alle drin, oder was? Ja, das ist mal geil. Als ob es keine anderen Häuser gibt. aber schön dass wir jetzt auch verlieren noch jetzt zu sehen vielleicht können wir noch so ja ein genommen andere das ist ja zeitmäßig schon nicht mehr drin aber es halt ohne weit weg da müssten wir zurück in die zukunft ist natürlich auch relativ also gut würde ich jetzt nicht bezeichnen ja doch schon weltklasse man verpisst sich hier goldener reiter erst dann mit ihnen los die spinnen der goldene reiter oh ja hellriegel service star servizia 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 neue nicht mal mehr die punkte bekommen das war nichts ja was da geführt der wein ja der quatsch der bier ja ist doch egal dann der alkohol 1,0 bonus trotzdem die punkte macht ja und wieder einmal heißt es ist gleich abschied nehmen ja da ist er wieder bei dem da ist er da und dann läuft es auch immer gleich wieder punkte stand 19 betreffend jährlich 19 20 9 gut 19 10 du hast du hast 20 18 so und damit verabschieden wir uns wieder und sagen machen gut genau macht es besser und bis demnächst